Hallo, hier ist Steve Back. Willkommen in meinem Studio. Die Jungs von Sine waren da und wir haben eine schöne Masterclass für euch aufgenommen. Da zeige ich euch ein bisschen, wie ich an Tracks herangehe, wie ich das Arrangement aufbaue, wie ich an den Mixdown herangehe. Einen Track gehen wir genauer durch, von vorne bis hinten. Dann zeige ich euch noch eine Alternative von einem anderen Track, an dem ich gerade arbeite, um euch so zu zeigen, wie man von da aus dann wieder einen neuen Weg findet, eine neue Herangehensweise für die neuen Elemente. Und das Ganze ist ab jetzt erhältlich auf sein.de